Das ist ein kleines Commitment von ihr, ja, kleiner Invest von ihr, das muss sie machen. So, dann macht sie das und beim nächsten Mal, morgens, wenn wir frühstücken und beide trinken Kaffee, dann gehe ich hin und sage ihr, ey Schatz, ich finde es voll nice, dass du gestern Kaffee mitgebracht hast, danke schön, ohne dich hätten wir jetzt keinen Kaffee, ich bin voll dankbar dafür, danke, dass du Kaffee mitgebracht hast, ja, finde ich richtig nice von dir. So, und was habe ich damit gemacht?